Hallo Leute, ich bin der Gankiller und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dem heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Trophäer modernes Torwartspiel bekommt. Dafür müsst ihr mit dem Torwart einen Konter einleiten, der zu einem Tor führt. Und falls ihr nicht wisst, wie man einen wuchtigen Abwurf macht, ist es hier zu sehen. Auf der Playstation ist es die R1 und X-Taste. Zur Not müsst ihr auf der Xbox gucken, welche Taste das ist. Und da würde ich euch den Tipp geben, wenn der Gegner am Ball ist, einfach die ganze Zeit Abseitsfalle zu machen, so dass eure Spieler die ganze Zeit nach vorne laufen, wie jetzt hier in dem Video zu sehen. So dass die einfach frei aufs Tor laufen können und wenn ihr die auf Anfänger gestellt habt, dann werden sie schon kein Tor schießen und wenn sie ein Tor schießen, ist es halt egal. Ansonsten, wie gesagt, einfach immer die Abseitsfalle spammen, damit eure Verteidiger, wie hier zu sehen, nach vorne laufen. Ich habe es leider ein paar Mal versaut und der hat automatisch dem Gegner den Ball abgenommen. Aber ansonsten einfach immer Abseitsfalle spammen, solange bis euer Torwart den Ball dann hat. Und wenn euer Torwart dann den Ball hat, müsst ihr mit R1 und X den Ball nach vorne werfen, so dass ihr dann halt diesen wuchtigen Wurf gemacht habt. Und dann müsst ihr den Ball eigentlich nur noch reinmachen. Und sobald ihr den Ball dann reingemacht habt, bekommt ihr schon auch die Trophäe. Und ja, das war es eigentlich soweit von mir. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen. Wenn ihr andere Trophäenwünsche habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben, beziehungsweise ihr könnt immer auf den Kanal gucken, was ich noch so für Trophäenvideos gemacht habe. Denn meiner Meinung nach gibt es bei FIFA 17 jetzt nicht so viele Trophäenvideos, die man zeigen könnte oder so viele Trophäen, die sehenswert wären zu zeigen, da die alle relativ einfach sind. Und das ist meiner Meinung nach eine sehr einfache Goldtrophäe. Damit danke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.